Herzlich willkommen zu einem neuen DIY-Video. Heute dreht sich alles um die perfekten French Nails. In diesem Video zeige ich dir, wie du auch bei einem längeren Nagelbett perfekte French-Spitzen mit Nagelfolien kreierst. Alles, was du brauchst, sind ein paar Hilfsmittel. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Kommentar da und wenn du magst, dann abonnier doch kostenlos meinen Kanal. Nach einem kurzen Intro geht's los. French Nails sollten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nagelbett und Nagelspitze haben. Die Spitzen wiederum sollten alle möglichst gleich lang sein. Anna von suhr-nails.com hat dieses Video mit French-Folien unterstützt, damit ich euch zeigen kann, wie ihr das hinbekommt. Problem Nummer 1. Ihr klebt die Folie als Full-Cover auf. Das Resultat, die sogenannte Smile-Linie, beginnt bei euch schon nach wenigen Millimetern und setzt damit viel zu niedrig auf dem Nagelbett an. Problem Nummer 2. Ihr habt eure Nägel nicht richtig vorbereitet. Die schönste Folie kommt nur dann zur Geltung, wenn eure Nägel und vor allem die Nagelhaut richtig gepflegt wurden. Problem Nummer 3. Ihr tragt keinen oder farblosen Unterlack und eure natürliche Smile-Linie zeichnet sich deshalb an den Ecken der Nagelfolie ab. Und Problem Nummer 4. Durch den fehlenden oder wie gewohnt aufgetragenen Unterlack ergibt sich an der Stelle des Übergangs zwischen Nagel und Folie je nach Foliendicke eine unschöne Kante. Was braucht ihr also für die perfekten French Nails? Einen nutfarbenen Lack, zum Beispiel von Essie oder nutfarbene Pflegelacke, ein Topcoat für die spätere Versiegelung, natürlich eure French Folien, das Tesamalerband Sensitiv, ein Hufstäbchen, eine Glaspfeile und, falls nötig, ein Folienschreiber und ein Lineal. Und nicht zu vergessen, eine kleine Schere. Meine Nägel habe ich mit einem Milchbad, einer Maniküre und einer Schicht Unterlack vorbereitet. Für die zweite Schicht benötige ich nun einen NUT-Ton. Da habe ich hier einmal den Essie Belly Slipper, ein kühler Rosé-Ton und einmal den Essie Treat Love & Color Nummer 3 Cheers to You. Den finde ich besonders edel, weil er einen leichten Perlglanz besitzt und deshalb werde ich den auch im Video verwenden. Bevor man Lack aufträgt, sollte man die Pigmente immer gut im Lack verteilen. Dazu schüttel ich ihn jedoch nicht, sondern ich rolle ihn zwischen den Handflächen. Dadurch vermeidet man unschöne Blasen im Lack und der Auftrag gelingt makellos. Anders als beim normalen Folienkleben, trage ich den Lack für French jedoch nicht vollflächig auf dem gesamten Nagel auf. Nicht wundern, ich hatte hier bereits zwei Folien zum Testen entnommen. Natürlich sind alle Folien immer komplett vakuumverschweißt und vollständig. Also, die Herausforderung bei den French-Folien ist, dass man sie zum einen mittig teilen muss und dass man sie nicht vollflächig kleben kann. In den meisten Fällen jedenfalls nicht. Aber dennoch diesen unschönen Absatz dann am Rand vermeiden muss. Die French-Spitzen sollten dort angebracht werden, wo eure normale Smile-Linie verläuft, damit das Verhältnis zwischen Nagelbett und Nagelspitze halt erhalten bleibt. Und da liegt die Schwierigkeit. Genau da hilft uns das Tesa-Malerband sensitiv weiter. Einige von euch kennen es bereits aus dem Video zur Anfertigung für Nagelfolien-Schablonen und auch diesmal leistet es wieder gute Dienste. Schneidet euch ein kleines Stück ab und setzt dieses genau an eure Smile-Linie. Wenn ihr wie ich eine stark gebogene Smile-Linie habt, dann geht ca. einen halben Millimeter Richtung Nagelbett, sodass am Rand wirklich nur wenig von der eigenen Nagelspitze zu sehen ist. Bei gebogenen French-Tipp-Folien empfehle ich euch statt des Malerbandes fertige French-Aufkleber aus der Drogerie zu nehmen, da diese bereits der natürlichen Smile-Linie nachempfunden sind. Das Malerband ist semi-transparent, sodass ihr gut kontrollieren könnt, ob ihr korrekt geklebt habt. Anschließend nochmal alles gut bis in die Ecken festdrücken. Jetzt den nutfarbenen Nagellack auftragen. Schaut, dass ihr nicht an die Nagelhaut kommt und entfernt das Malerband anschließend noch im feuchten Zustand. Durch diese Abklebetechnik schafft ihr euch die ideale Voraussetzung, um den Höhenunterschied zwischen Folie und Nagelbett auszugleichen. Durch den leicht deckenden Effekt kaschiert ihr am Rand die eigene Smile-Linie ein wenig. Ich mache das jetzt noch schnell bei den restlichen Nägeln und dann geht's auch schon weiter. Kleiner Tipp, schneidet euch zuvor die benötigten Tapes zu und setzt sie nacheinander auf eure Nägel. Faltet die Enden zu kleinen Tütchen zusammen, dann fallen sie zwischendurch nicht so leicht ab und ihr könnt hintereinander weg eure Nägel ruckzuck lackieren und die Tapes wieder im feuchten Zustand entfernen. Damit habt ihr die Vorbereitung abgeschlossen. Jetzt muss nur noch alles gut trocknen. Die Nägel sind nun komplett vorbereitet und gut getrocknet. Wenn man genau hinschaut, erkennt man den kleinen Absatz der zweiten Grundierung. Nun teilen wir die French Folien. Dazu lasse ich die Schutzfolien zunächst noch drauf. Wer Hilfe beim gleichmäßigen Teilen benötigt, zeichnet sich mit einem Lineal und dem Edding einfach eine Hilfslinie auf die Schutzfolien. Jetzt schneidet man zunächst erstmal nur die halbe Spitze ab und im Anschluss entfernt man die Schutzfolie und das am besten von der Seite. Ich gehe dazu mal ein bisschen näher ran. Hier kann man gut erkennen, wie die Schutzfolie aussieht. Die darf nämlich nicht drauf bleiben. Hier ist nun die eigentliche Folie, aber bevor wir die kleben, entfernen wir noch den durchsichtigen Teil der Folie, und zwar genau an der Kante, in diesem Fall halt direkt vor dem schmalen Goldstreifen. Ich gehe wieder ein bisschen näher ran. Jetzt setzt ihr den French-Tip von der Seite kommt genau an der Lackkante an, die wir zuvor vorbereitet haben, und drückt dann die Spitze gut fest. Ohne Zug, aber mit sanftem Druck, reibt ihr dann den Rest der Folie vorsichtig um die Nagelkante. Mit dem Hufstäbchen reibt ihr alles nochmal gut an, besonders die Ecken, und drückt auch die Klebekante nochmal gut fest, damit der Topcoat später nicht runterlaufen kann. Anschließend feilt ihr die überschüssige Folie mit der Glasfeile ab, setzt dazu die Feile zunächst senkrecht an und kippt sie anschließend leicht in Richtung Fingerunterseite. Feilt nun alles sauber ab und achtet drauf, dass keine Reste zurückbleiben und sich die Kanten anschließend glatt und sauber anfühlen. Perfekt! Ich klebe jetzt noch die restlichen Folien und dann sehen wir uns gleich wieder. Noch ein kleiner Tipp zum Ablösen der Schutzfolien. Von der Mitte aus geht's am besten, wenn ihr die Folien dort an der Stanzkante ein wenig knickt. Dann geht's ganz easy. Die fehlende Markierung kann man gut durch bereits abgeschnittene oder noch vorhandene markierte Folien erahnen und sich dann daran orientieren. Und wer keine langen Nägel hat, nimmt am besten eine flache Pinzette zur Hilfe. Auch damit wieder die Folien von der Seite lösen und anschließend auch von der Seite kommt, auf dem Nagel aufsetzen. Alles gut festdrücken, mit dem Hufstäbchen fixieren und wie bereits gezeigt, sauber abfeilen. Hier ein kurzer Vorher-Nachher-Vergleich. Links geklebt, rechts noch Natur. Und obwohl noch keine Versiegelung drauf ist, ist bereits jetzt kaum noch der Übergang zu sehen und wie man am Daumen gut erkennen kann, entspricht die French-Länge exakt meiner natürlichen Nageloptik. So, auch die zweite Hand ist fertig und ich bin echt zufrieden mit dem Ergebnis. Doch bevor ich jetzt versiegle, drücke ich die Kantenübergänge noch einmal mit dem Hufstäbchen sorgfältig an. Zum Versiegeln nehme ich gern den Essie Speed Setter, da dieser eine etwas dickere Konsistenz hat und daher diesen marginalen Übergang sehr gut kaschiert und gleichzeitig super schnell trocken ist. Eine Schicht ist vollkommen ausreichend. Schaut, dass ihr nicht an die Nagelhaut kommt und vergesst nicht, die Spitze vorne ebenfalls zu versiegeln. Das Ergebnis ist eine French-Spitze wie vom Profi gezeichnet. Egal ob für einen besonderen Anlass oder einfach nur sportlich schick, French-Tipps sind und bleiben ein gepflegter Hingucker auf euren Nägeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ausguse Turm das S